Also, als ich angefragt wurde, muss ich sagen, es war jetzt kein Thema, was ich üblicherweise auf Vorträgen halten würde. Eigentlich spreche ich zu anderen Themen immer, sodass es für mich was ganz Neues ist, zu diesem Thema mal was zu sagen. Ich stottere und ich kann es vorausschicken, ich kenne nahezu keinen Stotterer, der nicht mehr stottert. Man kann nur weniger stottern, aber dass man ganz aufhört, ist eher unwahrscheinlich. Dieter Thomas Heck dürfte der Einzige sein, der mir einfällt, der als Kind gestottert hat und wirklich gar nicht mehr stottert. Zumindest sagt er das immer. Das Erste, was ich mich gefragt habe, als ich gehört habe, was ich hier was sagen sollte, ist, ich habe auf die Liste geguckt und habe geguckt, wie viel Redezeit ich habe. Und dachte mir, naja, Sie planen 30 Minuten für einen Stotterer ein. Exakt genau dieselbe Zeit wie für alle anderen auch. Dann habe ich mich gefragt, Sie wissen ja gar nicht, wie stark ich stottere. Wenn ich jetzt hier 5 bis 10 Minuten lang kein Wort rauskriege, komme ich mir in 30 Minuten nicht hin. Ich habe mich gefragt, ist das denn fair? Hätte man mich nicht vorher fragen müssen, ob ich nicht mehr Zeit brauche, ob ich mehr Hilfsmittel brauche? Das wurde nicht gefragt. Andererseits gesehen, wäre es denn fair gewesen, den anderen gegenüber, wenn ich mehr Zeit bekommen hätte, wäre das nicht auch eine Form von einer gewissen Diskriminierung, dass man mir einfach mehr Zeit zur Verfügung stellt? Auf diesen doch sehr komplizierten Fragen habe ich leider keinerlei Antwort. Ich will nur sagen, dass dieses Problem sehr häufig ist und man immer einen eigenen Weg finden muss, wie man damit umgeht. Will man Hilfe haben? Will man sie nicht haben? Und ich kann ja nur von mir ausgehen. Und das ist selbst bei mir nicht immer zur selben Zeit immer dieselbe Antwort. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ganz kurz was zu dem, was ich mache. Ich arbeite in einem großen Krankenhaus, in einem berufsgenossenschaftlichen Krankenhaus, wo es darum geht, Menschen nach Arbeitsunfällen zu behandeln. Die Folie stammt noch von was anderem. Da steht furchtbar viel drauf. Das müssen Sie sich nicht merken. Aber was ich immer sehr, sehr schön finde, ist, dass wir diesen schönen Hubschrauber bei uns haben. Das ist bei Patienten immer schön, wenn man das sich angucken kann. Dann kommen die immer wieder gerne ins Krankenhaus zurück, zum Besuch zumindest. Das ist sozusagen unser Hauptthema. Also die ärztliche Versorgung steht sicherlich an Nummer 1. Ich mit dem eigentlichen Starte wollte ich sagen, was mich die ganze Zeit schon irritiert hat. Vielleicht weiß das jemand, warum da die DE und dieses Land steht. Falls es jemand weiß, wäre es gut, wenn er mich erlösen würde. Unser Krankenhaus ist dieses hier und die Psychologen, das sollte man jetzt etwas sinnbildlich nehmen, liegen an der äußersten Ecke. So sieht das bei uns innen aus. Das da oben ist unser ärztlicher Leiter, das da ist meine Frau und die psychologische Praxis. Wir sind insgesamt 13 Psychologen, eine Psychologin, die die Ausbildung macht zur Psychotherapeutin, so ähnlich wie viele von Ihnen. Zehn psychologische Assistenten haben wir und einiges an Sekretariat. Etwa 1400 Patienten pro Jahr werden bei uns behandelt. Was mache ich? Ich mache vor allen Dingen Gutachten. Also mein Hauptjob ist es, psychotraumologische oder neuropsychologische Begutachtungen zu machen. Therapie mache ich auch, aber in deutlich geringerem Umfang. Und ich bin beraten für verschiedene Kostenträger tätig, mache Vortragstätigkeiten oder auch verschiedene Publikationen. Soviel zu dem Hintergrund. Was ist meine Stotterbiografie? Das wäre ja eine wichtige Frage. Eigentlich stottere ich, solange ich reden kann. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo das jemals anders war. Meine verzweifelten Eltern haben dann versucht, Therapieversuche zu machen. Der erste Therapieversuch war mit vier bis fünf Jahren. Ich komme aus der ehemaligen DDR und da waren die Psychiater, sagen wir mal, anders. Und ich kann mich noch an eine Frage erinnern, dass der Psychiater fragte, was für ein Tier meine Mutter wäre. Und da habe ich gesagt, nein, Löwe, damit sie dich fressen kann. Und ich weiß noch, dass die Diskussion zwischen meiner Mutter und dem Psychiater dann etwas länger dauerte und man nahegelegt hat, dass ich doch vielleicht irgendein Medikament nehmen sollte. Aber bei dem eigentlichen Problem, dass ich Schwachschwierigkeiten hatte, änderte das gar nichts. Irgendwann kam ich in den Westen, mir zogen um. Und da hat mich ein sehr engagierter junger Psychopsychologe im Gesundheitsamt gesehen für 10, 15 Stunden. Der unterhielt sich mit mir längerer Zeit und stellte fest, was er auch immer damit meinte, dass ich eine schwierige Kindheit hatte. Es ließ sich nicht leugnen, aus den neuen Bundesländern kam ich, das ist ehrlich richtig. Einen afrikanischen Vater hatte ich auch, auch das ließ ich nicht leugnen. Nach 10, 15 Stunden gab er schlicht auf. Dann hat er gesagt, okay, es ist jetzt irgendwie so und ich stotterte halt einfach weiter. Dann kam ich irgendwann zum Logopäden. Das war zum ersten Mal, dass ich dann tatsächlich jemand hatte, der mir helfen konnte. Also der Logopäde brachte mir bei, wie ich besser stotterte. Nicht wie ich damit aufhören kann, aber wie ich besser stotterte. Das war schon mal ein riesiger Schritt. Danach habe ich eine stationäre Stottertherapie gemacht, die anderthalb Jahre ging. Also über einen bestimmten Zeitraum. Und das war tatsächlich für mich persönlich ein Riesenschritt. Das kann man nicht anders sagen. Ich stotterte zwar immer noch, vielleicht haben Sie die Gelegenheit, in der nächsten halben Stunde das auch noch mitzukriegen, aber deutlich weniger und deutlich weniger schlimm. Was ist für mich das Wichtigste in der Therapie gewesen? Wobei die Therapie, ich bin kein Experte für Stottertherapie, das ist eine furchtbar alte Therapie. Also da gibt es mit Sicherheit neue Sachen. Aber für mich waren zwei Dinge ganz, ganz wichtig und eine Sache so halb wichtig. Das Wichtigste ist Akzeptanz, 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 Akzeptanz. Das kann man immer wieder sagen und das gilt für fast jede Störung, die ich kenne. Das Zweite war die Konfrontation. Ich bin, man verwechselt es manchmal, manchmal denkt man, dass ich ein sehr mutiger Mensch bin. Bin ich aber gar nicht, ich bin eigentlich ein sehr feiger Mensch. Aber in einer Gruppe neige ich dazu, mir das Schwierigste auszusuchen. Einfach, weil ich es hinter mir habe. So war das auch bei der Stottertherapie. Es war so eine Rede davon, welche Konfrontationsübungen man machen wollte. Und da habe ich gefragt, naja, was ist denn die größte Redeveranstaltung, die Sie im Programm haben? Dann sagten die, ja, nächste Woche ist irgendeine Veranstaltung mit einem Krankenhaus mit 200 Leuten. Sagte ich, das ist meine. Und dachte mir, das gebe ich mir. Meine Ängste vorher waren schon echt, das war schon ordentlich. Also das war schon so, wo ich sagen kann, hätte ich mir vorher überlegen sollen. Aber hinterher ging es mir in der Tat besser und die Übungen, die da hinterher kamen, waren leichter. Also andere Leute haben den mutigeren Weg gewählt und haben Stück für Stück aufgebaut. Das halte ich persönlich für schwieriger. Und das fordert auch mehr emotionale Kraft an. Also ich bin da so ein bisschen eher feige und springe da einfach rein. Stottermodifikation habe ich auch gelernt. Also ich habe gelernt, wie man richtig sprechen sollte. Davon ist nicht mehr viel übrig. Mein schnelles Sprechen kommt ständig durch. Also ich kann mich da einfach nicht disziplinieren. Wie stark stotter ich? Eigentlich deutlich weniger als in der Kindheit. Vor allen Dingen bei ungewohnten Themen wie Müdigkeit, wenn ich Stress bin oder wenn ich sozialem Stress ausgesetzt bin. Also Smalltalk ist für mich eines der schlimmsten Sachen, die es gibt. Einfach, wenn mich jemand irgendwas Belangloses fragt und ich kein Redekonzept im Kopf habe, was ich dem eigentlich zu sagen habe. Außer, dass das Wetter draußen schön ist. Ich habe relativ leichte Blockaden, die man im normalen Sprachfluss, wenn man sich darauf konzentriert, vielleicht hört, aber sonst eigentlich nicht hört. Aber ich habe auch relativ große Sprach-Blackouts. Mein letzter war im September diesen Jahres. Da habe ich einen Vortrag bei der Landesärztekammer gehalten. Und ich hatte einen Block, der viereinhalb Minuten dauerte. Das weiß ich darum so genau, weil ein Arzt so freundlich war, es zu stoppen. Und mir zu sagen, dass es so lange gedauert hat. So etwas kommt auch vor. Das ist aber in der Regel für die Leute, die zuhören, mehr Stress als für mich. Weil die denken, die müssten jetzt irgendwas tun und mir irgendwie helfen. Und dann kriege ich meistens irgendwas hingestellt, irgendwas zu trinken oder so. Aber bringt halt nichts. Und das Nächste, was sich auch noch so mir angewöhnt hat, meine Folien bei Vorträgen sind relativ voll. Das ist nicht, weil ich mich in der Pädagogik da nicht auskenne und ich weiß, dass man ein wenig auf Folien draufstellen sollte. Sondern es ist einfach praktisch, wenn ich einen Schotterblock habe, kann ich auf Dinge zeigen. Und wenn die Leute lesen können, bin ich ein Problem los. Jetzt kann man fragen, ist es denn eine gute Idee, dass jemand mit einem Sprachberuf, nee, dass jemand, der Stotterer ist, einen Sprachberuf wählt. So richtig eindeutig war meine Antwort dazu mein Leben lang nicht. Zuerst wollte ich Offizier werden. In der Musterung, wo ich definitiv deutlich stärker gestottert habe als jetzt, ging das problemlos durch. In der Grundausbildung ging das problemlos durch. Ich habe mich verpflichtet für eine bestimmte Zeit, ging auch durch. Bis bei einer Routineuntersuchung ein Arzt mich entsetzt anguckt und sagt, in ihrer Akte steht, dass sie stottern. Sagte ich, ja, das ist richtig, tue ich. Und dann erklärte er mir, dass ich im Kriegsfall nicht schnell Befehle geben konnte. Dann habe ich gesagt, für die Laufbahn, die mir vorschwebt, brauche ich nicht schnell Befehle zu geben, weil da, wo ich sitze, ist in der Regel kein Krieg. Aber er ließ sich davon nicht überzeugen und erklärte mir, Offizier werde ich nicht. Ich kann irgendwas anderes bei der Bundeswehr werden, aber Offizier werde ich nicht. Also war ich da raus. Dann wollte ich Lehrer werden, Gymnasiallehrer. Da habe ich Mathematik und Physik im Kunststudium studiert, fand das eigentlich auch ziemlich gut. Bis ich dann mit einer amtlichen Stelle telefoniert habe und gefragt, wie meine Chancen sind, dass ich Beamter werden kann. Die war nicht so gut. Sie haben sich nicht zu einem definitiven Ja oder Nein durchgerungen, aber eher zu einem Nein als zu einem Ja. Und das war mir dann doch etwas zu unsicher. Und damals war ich auch noch nicht so kämpferisch unterwegs, dass ich gesagt habe, ich probiere es jetzt in jedem Fall. Weil meine stationäre Therapie kam hinterher erst, nachdem ich diese Wahl getroffen habe. Danach habe ich mich aber noch begeistert, auch von der Therapie, die ich selbst mitgemacht habe, für das Psychologiestudium entschieden, auch festgestellt. Da sind ja alle darauf ausgelegt, auf Menschen mit einer gewissen Behinderung auch Rücksicht zu nehmen. Das war auch so, also da kann ich sagen, habe ich nie irgendein Problem gemerkt. In der Psychotherapieausbildung fand ich das, fand ich als einziges, das würde ich Ihnen auch mitgeben, das fand ich als einziges wirklich schade. Ich finde, in der Psychotherapieausbildung gehört es auch dazu, dass man über Defizite, die man selbst hat, egal ob Stottern ist oder was, auch immer, dass man darüber redet. Und dass man auch lernt, seine eigenen Defizite in den Griff zu kriegen. Weil ich möchte sie nicht in den Griff kriegen, wenn ich vor einem Patienten sitze, der Schwierigkeiten hat. Ich möchte sie nach Möglichkeit vorher in den Krebsdeck haben. Und da würde ich nur dazu aufreben, dass sie wirklich sich trauen, das, was sie nicht können, in den Mittelpunkt zu stellen. Und da, wo sie Angst haben, in den Mittelpunkt zu stellen. Das war für mich elementar. Und ich glaube, ohne das kann man kein guter Psychotherapeut werden. Also Sie sehen aber daran, dass mein Weg durchaus mit gewissen Ambivalenzen gekennzeichnet ist. Ich war nie derjenige, der gesagt hat, ich renne jetzt auf einen Job zu, sondern ich brauchte drei Anläufe, um einen Sprachberuf dann letztendlich auch zu machen. Das war also kein sehr gerader Weg. Folgende Bedingungen waren für mich im Grunde genommen eine starke Voraussetzung dafür, dass ich jetzt diesen Beruf mache. Das Erste ist, und ich glaube, das ist auch eines der wichtigsten Punkte, ein dickes Fell gegenüber den eigenen Unsicherheiten und Ängsten. Es waren in der Regel nie die anderen, die mir, mal abgesehen, als ich Lehrer wurde, dass mir jemand gesagt hat, dass ich nicht Beamter werden konnte. Aber ansonsten ist es in der Regel nicht so, dass die anderen mir eine negative Rückmeldung geben. Meistens mache ich mir mehr Gedanken darüber, ob ich irgendwas schaffe oder nicht schaffe oder ob ich zu irgendwas geeignet bin oder nicht. Also das muss man im Griff haben. Sicherlich braucht man auch ein ausreichendes Sprachniveau. Es wäre gut, wenn man mich verstehen würde in einem entsprechenden Beruf. Ich musste über Jahre lernen, wenn Stottern für mich in Ordnung ist, ist es für die anderen das auch. Das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen ging. Dafür brauchte ich Jahre. Und ich musste auch verstehen, dass Stottern nicht das zentrale Element ist bei der Frage, ob ich Psychotherapeut werden will oder nicht. Dass es andere Eigenschaften von mir gibt oder andere Dinge, die ich können, können muss oder auch nicht. Ich habe jetzt den Vortrag in so zwei Bereiche eingeteilt. Das eine sind die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, und das andere sind die Chancen. Ich fange mit den Schwierigkeiten an. Das Stottern zu akzeptieren, ist zumindest bei mir kein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist. Wo ich sage, ich wache eines Morgens auf und sage, so jetzt werde ich für den Rest meines Lebens akzeptieren, dass ich Stotterer bin. Leider ist das so, immer wieder und wieder. Und auch der Vortrag bei der Landesärztekammer, wo seit zwei, drei Jahren mal wieder so ein richtig großer Block da war, führt auch bei mir dazu, dass ich ein, zwei Tage mir hinterher Geld danken mache. Die Unsicherheiten, die ich manchmal empfinde, führen dazu, dass ich mehr stottere. Auch das ist eine Akzeptanz auf der zweiten Stufe, will ich sagen. Für andere Leute sieht das so aus, als ob meine psychischen Probleme zum Stottern führen können, was nicht so ist. Ich stottere auch, wenn es mir ausgesprochen gut geht. Aber wenn es mir schlecht geht, stottere ich mehr. Also muss ich das in den Griff geben und ich muss akzeptieren, dass das so ist. Ich kann es nicht ändern. Und ich muss ungünstigerweise immer gut vorbereitet sein. Also diesen Vortrag haben unsere Assistenten bei uns in der Praxis zweimal hören müssen, dass ich sprachlich einfach sozusagen das Ganze durchgesprochen habe. Wenn ich an Therapien denke, ist die Beziehungsgestaltung eines der wichtigsten Dinge. Stottern kann einen Patienten vor unsichern. Das ist so. Und wenn man sich was anderes einreden will, wird es nicht funktionieren. Ich muss vorher sagen, dass das mein Problem ist und nicht das Problem des Patienten. Damit unmissverständlich klar ist, er kann nichts tun oder nichts in ihm drinne, kann auslösen, dass es mir gut oder nicht gut oder wie auch immer geht. Manchmal ist es so, dass Patienten nicht nur sagen, boah, mein Therapeut ist ja toll, weil er da ein Defizit hat, sondern manchmal ist es auch einfach gut, wenn sie mich einfach verstehen könnten. Also es ist wichtig, dass er mich auch sprachlich verstehen kann. Das Nächste ist, wenn man manchmal in bestimmten Therapiesituationen Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen will, gelingt das in einem Stotterblock nur bedingt gut. Also da muss man sich andere Mechanismen überlegen, wie man sozusagen diese Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen kann. Das gelingt einem im Laufe der Zeit, aber man muss üben und damit offen umgehen. Was tatsächlich ein kritischer Punkt ist, sind Notfälle. Also ich habe es manchmal, dass ich Patienten einweisen muss. Und wenn ich dann mit dem Oberarzt von irgendeiner Psychiatrie telefoniere, und der dann denkt, weil ich besonders aufgeregt bin, dass ich der Patient bin und nicht derjenige, den ich gerne einweisen will, kann das zum Problem sein, Problem werden. In einem Fall musste ich dreimal in demselben Krankenhaus anrufen, bis der Oberarzt mir abnahm, dass ich derjenige bin, der den Patienten einweisen wollte. Und da bin ich auch ein bisschen gewissen Grad ein sehr beharrlicher Mensch, weil ich einfach weiß, es geht nur über diesen Weg. Es geht nur über den Weg, ich muss es tun, 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 tun. Ich kann der Sache nicht aus dem Weg gehen. Auch unter Stress, Ruhe und Kompetenz auszustrahlen und mir auch klar zu machen, dass meine Außenwirkung für Patienten wichtig ist, ist wirklich eine Sache, die ich lernen muss. Ich muss zum Beispiel lernen, ich bin ein Mensch, der sehr, sagen wir mal, von der Motivation her nicht so hoch ist, aber ich muss nicht lernen, gerade zu stehen, über meinen Körper bestimmte Dinge auszudrücken. Das war mir erst klar, als ich sozusagen die Arbeit an Patienten machte. Was auch ein ganz großer Punkt ist, der vielleicht auch für Sie in der Ausbildung wichtig ist, unabhängig von dem Thema Stottern, also wenn Sie irgendeine Art von Defizit haben. Selbstlüge ist ein ganz großes Problem, finde ich. Man schiebt sehr viel auf sein Defizit, was man hat. Ich schaffe Dinge nicht, weil ich Sprachschwierigkeiten habe, ich schaffe dieses, jenes nicht, der Patient kommt mir nicht klar, weil ich diese Probleme habe. Das sind Gedanken, die jeder mal hat. Nur weil ich so bin, komme ich mit irgendetwas nicht klar. Und da muss man sich klar machen, dass das nicht so ist, dass das nicht so sein muss. Eine Behinderung darf nicht so weitgehend mein Denken bestimmen, dass ich blind werde für andere Entwicklungsmöglichkeiten, die in mir drin sind. Vielleicht muss ich lernen, besser zuzuhören bei dem Patienten. Vielleicht muss ich mein Handwerkszeug besser üben. Vielleicht muss ich erst mal nachdenken, ehe ich was sage. Das sind Dinge, wo ich gelernt habe, ich darf nicht zu sehr auf mein Stottern achten. Und ich muss darauf achten, welche Entwicklungsmöglichkeiten in mir stecken. Und es waren häufig Dinge, die völlig unabhängig von meiner Sprache waren. Wo mir zum Beispiel jemand sagt, du redest viel zu schnell. Rede einfach mal langsamer. Das war schon mal ein erster Punkt. Und da war mir die Rückmeldung von Patienten. Ich frage jeden Patienten am Ende der Therapie, ob er mir was mitgeben kann, was ich beim nächsten Mal beim nächsten Patienten besser machen kann. Und in den ganzen Jahren war es nie eine Rückmeldung, dass das Stottern jemals Thema war. Es waren immer andere Dinge, die dann Patienten mir mit auf den Weg gegeben haben, die mich haben wachsen lassen. Die Gefahr, auf die Behinderung alles zu schieben, ist wirklich, wirklich groß. Und da würde ich einfach sagen, achten Sie darauf, wenn Sie Selbstdefizite haben, dass Sie nicht diese Defizite in den Mittelpunkt stellen. Die Frage, ob man Psychotherapeut werden sollte, wenn man stottert, ist für mich die falsche Frage. Die richtige Frage ist, habe ich genug Willen, genug Leidenschaft und genug Fähigkeiten, um diesen Beruf später auszuüben. Das ist die wesentliche Frage. Empathie, Intelligenz, die sozialen Fähigkeiten sind das, was man sozusagen in den Mittelpunkt stellen muss. Und das ist natürlich auch damit die Frage, wie ich mit meiner Behinderung selbst umgehe. Die eigenen Emotionen sind sicherlich auch eine Herausforderung für mich. Auszuhalten, keine vollständige Kontrolle über mein Sprechen zu haben, ist nicht schön. Das kann man sich auch nicht schön reden. Diskriminationserfahrungen, von denen ich persönlich, zumindest aufgrund der Stottern, relativ wenig gemacht habe, aber ich weiß es von Stotterkollegen sozusagen, dass da der eine oder andere etwas mehr drunter zu leiten hat, die verbessern die Emotionen jetzt nicht gerade. Und Sie dürfen nicht vergessen, Herausforderungen, wie zum Beispiel eine Rede hier zu halten, ist ja wahrscheinlich für die ein oder andere hier im Raum auch etwas Problematisches. Auch das ist etwas, wo man sagt, naja, das macht Stottern jetzt nicht zwangsläufig besser. Was auch wichtig ist, man darf eigene Therapieerfahrungen, ich habe ja eine Therapie durchgemacht und habe ja dann sprechen gelernt, habe mich auch konfrontiert mit meinen Ängsten. Ich darf das nicht gerne generalisieren in der Therapie. Nur weil ich weiß, wie sich das anfühlt, weiß ich nicht, wie das bei jemand anderem sich anfühlen könnte. Eine wichtige Lektion, die ich in den ersten Therapien lernen musste, wo ich ganz enthusiastisch dran gegangen bin und dachte mir, ich weiß doch, wie es geht. Und nein, wusste ich nicht. Auch ich verstehe Stotterer nicht besser als vielleicht Sie. Also vielleicht kommen Sie mit einem Stotterer besser zu Recht als ich, weil Sie auf einer bestimmten Ebene mit dem besser können. Also es prädestiniert mich nicht so zu sagen, dass ich der bessere Stotterer-Therapeut wäre. Es kommt an, ob Sie mit den Menschen irgendwie Menschen. Wenn ich meine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, auf andere projiziere, dann neige ich dazu, nicht mehr richtig nachzufragen, weil ich denke, die Antwort schon zu erkennen. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, da muss ich selbst lernen, das nicht zu machen. Genug zu den negativen Sachen. Die positiven Sachen. Naja, man kann sagen, so eine Erfahrung und Defizite zu haben, hat dazu geführt, dass ich persönlich reifen durfte. Ich hatte jetzt keine Wahl, ich musste, aber das ist ja etwas, wo man sagen kann, das ist toll. Patienten halten mich tatsächlich, wenn ich mich oute und sage, das tue ich in jeder Psychotherapie, also immer wenn ein Patient vor mir sitzt, sage ich zuerst, dass ich Stotterer. Dann kriege ich immer die Rückmeldung, dass sie das gut finden und dass sie mir dann zumindest abnehmen, dass ich mit Krisen besser umgehen kann, als vielleicht manch anderer. Auch wenn das nicht zwangsläufig stimmt. Auch ist es für Patienten hilfreich zu sehen, dass man mit Defiziten auch leben kann. Dass man auch den Beruf eines Psychotherapeuten schlicht ausüben kann. Das macht Mut, weil je an dem, welche berufliche Tätigkeit Sie machen, spricht ja nichts dagegen, dass Sie dasselbe machen. Was dann manchmal schwierig ist, wenn man anfängt, die Defizite miteinander abzuwägen. Das ist eine Diskussion, in der man aus dem Weg gehen sollte. Was ich auch als Chance ansehe, ist, dass meine ambivalenten Therapieerfahrungen, wenn ich an den Psychiater denke, als ich ein Kind war, oder dem Psychologen denke, als ich in der Pubertät war, dass sie mich lehrten, ich muss richtig zuhören. Ich muss mir richtig Mühe geben. Das heißt, meine Motivation, wenn ich vor einem Patienten sitze, ist wirklich hoch. Ich versuche individuell, mich auf ihn einzustellen. Und weil ich ganz genau weiß, wie es ist, auf der anderen Seite zu sitzen. Weil ich ganz genau weiß, wie es ist, sich anzuhören, dass ich eine schwierige Kindheit hatte, obwohl ich das vermutlich gar nicht hatte. Ich habe natürlich eine praktische Erfahrung, was Konfrontationstherapien angeht, eine praktische Erfahrung auf der anderen Seite. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, wie viel Angst man da hat. Ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn man denkt, Lebensziele nicht verwirklichen zu können. Wenn man davor Angst hat, Dinge nicht zu schaffen. Das weiß ich und ich kann dann etwas Authentischer wahrscheinlich dem Patienten gegenüber treten. Und ich bin gezwungen, auf meine eigene Psychohygiene zu achten. Für mich wäre es tödlich, wenn es mir auf längere Zeit nicht gut geht. Dann spreche ich schlechter. Also muss ich darauf achten, dass es mir gut geht. Was eine Lektion in jungen Jahren war, die für mich sehr überraschend war, weil in meiner Fantasie war es so, dass Stotterer ja unglaublich große Schwierigkeiten haben müssen, Frauen anzusprechen. Das war in der Pubertät ein großes Thema. Wie sich herausstellte, ist genau das Gegenteil der Fall, was für mich überraschend war. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, eine Frau lehnt mich tatsächlich nicht ab, wenn ich stotterere, weil sie es einfach nicht bringt. Das bringt sie nicht, diesen stotternden Menschen, nicht zu einem Geschirr-Erplan. Das ist einfach super. Ich habe dann zwar immer noch das Problem, dass ich hinterher für mich werben muss, aber im Gegensatz zu meinen nicht stotternden Männern, die links und rechts sind mir wahr, die mit einem oder anderen Spruch nicht bei einer Frau landen konnten, konnte ich mich zumindest über drei bis vier Sätze bei dieser Frau halten. Auch würde ich es durchaus als eine Chance ansehen, dass ich zu einem Zeitpunkt, als ich jung war, mich mit meinem Innenleben auseinandersetzen musste. Ich hatte keine Wahl. Ich musste reifen. Und das gibt mir jetzt unglaublich viele Chancen. Also ich musste zu einem Zeitpunkt über mich nachdenken, über das, was meine Ängste angeht, wo ich sozusagen vor der Psychotherapieausbildung stand. Sie müssen das in der Psychotherapieausbildung großteilig tun. Und das ist eine relativ anstrengende Angelegenheit. Ich hatte diesen Part schon großteilig hinter mir, was angenehm ist. In mündlichen Prüfungen habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich etwas nicht weiß, also viele Leute denken, dass ich Dinge weiß. Vielleicht sehe ich irgendwie so irgendwie aus, aber viele Dinge weiß ich tatsächlich nicht. Und wenn ich es nicht weiß und mir eine Frage stellt, stotter ich halt etwas länger vielleicht. Und ich sage mir mal so, da gab es den einen oder anderen Prüfer, der mir dann schon eine gewisse Antwort dann einfach. Ja, also das kam dann schon schon vor. Was man auch sagen muss, natürlich gibt es ganz, ganz viele Menschen, die da stehen, die alle stottern. Bei dieser Frau, bei Marilyn Monroe, ist das Lied, was jeder kennt, wo sie ein Geburtstagsständchen für John F. Kennedy gesungen hat, dieses Hauchen, das entstand nur dadurch, weil sie es nicht richtig aussprechen konnte. Sie musste es hauchen. Und das wurde sozusagen ein riesengroßer Schlager. Und viele von diesen stotternden Menschen sind in entsprechenden Berufen drin, die man gar nicht so als solche registrieren würde. Meine wichtigen Regeln, die ich für mich aufgestellt habe, das gilt jetzt nicht für alle sozusagen, die erste Regel ist, die Bedürfnisse des Patienten stehen über meinen. Das heißt, ich muss alles tun, dass der Patient nicht verunsichert wird durch mein Sprechen. Das ist eine wichtige Regel. Und da gibt es keinerlei Ausnahmen, so unangenehm das manchmal sein muss. Ich muss mich outen, ich muss diese Dinge einfach tun. Ich muss auch in der Therapie zumindestens die Vermeidung in Grenzen halten. Wenn der Patient mitkriegt, dass ich vermeide, lernt er daraus ja nur, manche Dinge sind so schlimm, dass man sie vermeiden muss. Wenn selbst der Psychotherapeut das tut, muss ich das auch. Das heißt also, ich bin da mehr oder weniger gezwungen, jeden Block reinzugehen, den ich jetzt hier vermeiden kann. Beim Patienten darf ich das nicht. Auch eine Regel von mir ist, wenn meine Sprache manchmal lustig ist, und es gibt Situationen, die sind zum Schreien, dann ist es wichtig, dass ich der Erste bin, der darüber lacht. Also ich bin derjenige, der sozusagen zeigt, man kann darüber stehen und der Patient lernt tatsächlich auch über sich selbst dadurch zu lachen, ohne sich selbst niederzumachen. Das ist eine Lektion, die, glaube ich, wichtig ist. Und ich darf nicht so tun, als ob es leicht für mich ist. Auch das, also wenn ich sage, das ist alles easy und so weiter beim Patienten gegenüber, dann entwerte ich seine Störung, die er hat. Also ich muss sagen, nein, eine Störung zu haben, ist nichts Leichtes. Das ist nichts, was ein Spaziergang ist, das kostet Mühe. Das kostet auch nicht Mühe. Was sind die Reaktionen von Patienten, die ich so erwarten hatte? Was für mich überraschend war, das Thema ist so lange interessant, wie ich brauche, um das Thema auszusprechen. Vielleicht noch eine Minute länger und dann ist das Thema im Grunde genommen durch und findet in der ganzen Psychotherapie in der Regel nicht mehr statt. Manchmal selten äußern Patienten, dass sie erleichtert sind, dass man trotz Defizite beruflich erfolgreich sein kann. Manchmal sind andere Emotionen da. Häufig höre ich aber, das hört man doch gar nicht. Ich dachte, sie sprechen einfach nur schnell. Das ist, glaube ich, der häufigste Satz, den ich höre. Und viele Patienten vergessen im Rahmen der Therapie, dass ich stotterbeinde und sind dann nur ganz kurz, für einen kurzen Augenblick irritiert, wenn ein Vlog auftritt, wissen aber dann, aha, er hatte mir ja gesagt, da war was. Was ist mein Fazit? Ich bin gut in der Zeit. Ich hoffe, dass der Stotter nicht die wichtigste Eigenschaft von mir ist. Und ich habe auch nicht die Erfahrung gemacht, dass es also Leute, die mich ansprechen oder auf mich zugeben, nämlich nicht als stotternde Mensch war, sondern nämlich als Psychologen war, als jemand, den sie mögen oder auch nicht. Weder macht Stotter und meine Therapie grundsätzlich besser, aber auch nicht grundsätzlich schlechter. Das hängt von völlig anderen Dingen ab. Es ist vor allen Dingen nur eine Frage, ob ich sicher damit umgehe. Und wenn man ein Defizit hat, dann kann ich es Ihnen nur wärmstens ans Herz gehen. Haben Sie keine Angst davor, lernen Sie damit umzugehen. Man kann mit einem Defizit durchaus Psychotherapeut werden. Man muss es nur handeln können. Es macht keinen Sinn, die Augen davor zuzumachen. Also das heißt, wenn Sie es haben, gehen Sie es an, outen Sie sich und sagen, so und so ist es und sagen Sie auch ganz klar, ich will lernen, damit umzugehen. Für mich ist auch so ein Fazit, ich habe mich nicht ausgesucht zu studieren, aber jetzt, wo es so ist, hole ich alle positiven Sachen raus, die es in irgendeiner Form gibt. Und das ist zum Beispiel auch, dass ich vielleicht ein bisschen anders bin und darum vielleicht aus der Masse so ein bisschen rausstechen kann. Also es ist ja nichts Schlechtes. Dann danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.